Ja, ich hab gewonnen. Einen Haufen. Der einzige, der noch da war. Welche Map wollen wir, weil dann nehm ich nur eine Map. Dann dieser, die zweite sozusagen. Red Oktober. Da meinte er sich wieder die besten Chancen aus. Aber die Katze hat's jetzt langsam ein bisschen raus, ne? Red Oktober, also. Was? Das läuft aber nein. So, dieses Mal mach ich auf Lucifer. Bin zwar ein bisschen zu hell dafür, aber passt. Aber wie gesagt, wenn ihr weiterspielen wollt, könnt ihr euch beim Discord da gerne für einen Kanal reinbegeben und weitermachen. Habt die Börse, Katze. Ihr könnt ja dann theoretisch sogar Open machen oder so. Habt ihr noch Publix mit dabei? Ne, ich geh jetzt gleich Serien gucken. Aha. Oh gut, so viel dazu. Ich geh gleich essen. Wird langsam doch Zeit. Stell ihn dir so an. Oh, der Ninja-Captain spawnt direkt neben den Nunchakos. Das gefällt mir. Ja, aber ich knock hier einen aus und werde wieder ausgenockt von dieser blöden. Ich glaub, die müssen wir erstmal, glaub ich, diesen Gott irgendwie wegkriegen. Oh, ich hab mich selbst ausgenockt. Stimmt. Das ist schlecht. Weg mit dir. Oh nein. Mäh. Ah toll, zerzerrt. Kommt der Spaten des Todes. Pudel, hör auf damit. Oh, und ich bin dort. Pudel auch. Na, Pudel lebt wieder. War das schlecht. Ich hab's in meinem Leben. Oh. Nein. Das war... Irgendwie abgerutscht. Go Gamer. Oh. Mir gibt kein Futter für dich, Urkame. Keine Leckerlis. Ich frag mich halt, wo... Ah. Ich frag mich halt, wo... Ah. Nein. Nein, nicht die Rakete. Nein, nein, nein. Da geh ich lieber auf Tauchstation. Das ist mal nicht mal sogar ne... Natürlich, er hätte nicht einmal... Ich hab aber auch große Booten. Nein. Ich kann Pudel nicht hitten. Dafür jetzt alle drei auf einmal. Ich glaub, ich hab die noch einen Takus getroffen, die... Die Lieder. Ich will eigentlich nur Pudel, ja. Dann seid mir egal. Was hat der dir getan? Du verfolgst mich. Oh, das hat er gehört. Ja, Stream Delay. Nein. Oh, Gamer. Jetzt bin ich tot. Gott. Der hätte auch bluffen können. Mein Horn ist im Weg. Oh, da ist ja schon wer. Moin, rete. Das ist halt die Katzenstrategie. Dass du das überhaupt so hinbekommen hast. Zwischen diesen zwei Teilen, ey. Komm mal die Tatsache an. Das ist auch ein bisschen hart. Das hab ich mir gestreamschtet. In einem Spiel hab ich ja oben an dem Radar gehangen. Der wie entspannt ich da bin. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Der dreht sich nicht rum. Sieht auch ganz witzig aus. Ah, so. Jetzt muss er genauso. Jetzt müsste er eigentlich höher kommen. Oh, hat er es geschafft? Darum wollte ich nicht noch hören. Genau darum. Ja, das muss man ja auch erst mal wissen. Grinsekatz. Ja, vor allem Serv hat es ja doch gesagt eben. Ich hing am Radar. Darauf fokussiert, den Typen zu holen. Komm her, mein böser Zwilling. Nein, ich hab den bösen Zwilling. Nicht mich. Macht der jetzt schon wieder einen Schläger. Siehst du, ein richtiger Schläger, dieser Kerl, ne? Geh weg von mir, du Schleger. Oh nein. Nein, 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 nein. Geh auf Tauchstation. Jetzt muss ein bisschen Katzen der Gute entklettern. Der sprintet die Katze dann wieder vorbei. Ja, mit dem. Nein. Hoch da. Komm. Nein. Ich hab mich selbst reingeritten. Verdammt. Wow. Willst du mich verarschen, Alter? Ein bisschen. Ich glaub, ich hab Pudeln mit reingezogen. Ich glaub, ich hab noch mit reingezogen. Oh Mann. Ich hatte ja zu gerne den Straight Win noch gehabt. Oh, das geht doch. Keine Sorge. Sehr gut, du wirst dich schon irgendwie selber da oben runterhauen. Pudeln, hab ich dich wirklich noch mitgezogen in die Turbine? Wieso kletterst du nicht? Was ist da, Männer? Äh. Das ist ein Spiel, wo man Menschen nicht recht hatzen. Das sieht irgendwie falsch aus. Vor allem, der sieht so ein bisschen aus, als hättest du das, ja, Intim-Piercing. Genau, und geh einfach in der anderen Stange runter, da bist du ein bisschen höher. Ja, hab ich gerade gemerkt. Wenn die Katze nicht Suizid begeht, bewegt den Stick nicht mal und er macht das. Ich hab nicht mal den Stick bewegen, der fliegt, ey. Ja, kannst du ja wirklich so aufgeben. Kannst du erst mal sterben da hinten? Danke. Verdammt. Aber in dem Spiel mach ich die ganze Zeit schöne Screenshots, das gefällt mir. Ja, ich hab auch schon etliche gemacht. Ich muss mal die Kamera drehen, das ist etwas irritierend. Schiefebein. Wow! Ich bin ein Eiswürfel. Sind jetzt alle unten? Hä? Ah, nee. Ich bin unter der Map. Unfair. Ich bin auf einmal unter der Map gewesen. Aber das war unfair. Ich hab mich festgehalten, wurde vereist und der hat losgelassen. Ich dachte, das funktioniert nicht. Direkt nicht ins Wasser gefallen. Der Pudel ist eigentlich ein richtiger Loser, der muss die ganze Zeit campen. Na. So wie ich. Hm, wieso gewinnt Pudel denn gar nicht? Der hat wundert, als ich aber. Ich seh's schon, gleich liegst du in der Turbine. Let's go. Let's go. Okami, let's go. Okami, Pudel, Pudel. Kultel. Kultel. Ein Kopf in den Kopf rennen. Hier, die könnte ganz etwas besser. Schönes Ding. Hang in there. Ich fände cool, wenn man Items mit hochnehmen könnte. Kann man das kaufen, so als DLC, dass das geht? So geht's auch. Schlagt ihr eigentlich auch viel oder macht ihr eher Kopfnüsse und sowas? Weil den Schlagknopf selbst benutze ich fast gar nicht. Also die Kopfnüsse, weil der hat halt die Gefahr, dass du die schlägst. Lass meine Samtpfötchen in Ruhe, nicht die Pfötchen würde Rumo jetzt sagen und zubeißen an unser Kater. Das ist doch eine Wiesentaktik, ne? Ja, Mudo, du kannst schnell am Gelben hochklettern, das ist höher. Und dann mit dem letzten Sprung, nein, aus, was ist das? Ich hab das Glück, weil die Hitbox ist, glaub ich, am Kopf. Äh, geh weg! Ja, das ist jetzt doof, okay, cool. Das ist meine. Wieso ging das jetzt bei mir eben nicht und bei Ihnen schon? Das ist, glaub ich, so, wenn wir das nass ausprobieren. Tschüss! Ich hab voll festgehalten die ganze Zeit. Das funktioniert halt. Achso, ich glaub, weil ich weiter gesprungen bin oder so. Ja, wenn der mit Hochklettern so gedrückt ist, dann springt der automatisch und lässt los. Boah, ich kann nicht im Kopf da unten, ey. Der! Woop woop! Hinter dem Ranking kurz umkaminieren. Man kann hinter dem Ranking nicht herlaufen, kann das sein? Also nicht nach vorne laufen. Ich glaub, das blockt mit ein. Es könnte ja sein, dass es ein richtiges Item ist. Donc, ich glaub, das war natürlich alles klar. Ich bin so, was dabei. Ich hab auf ihre Bank. So, dann auf eure Ochre… Ich hab mich jetzt... An der? Wie kann ich mich noch nicht anerlassend machen? Es kann mich nur schon mal in dem Rankingstamm. Untertitelung des ZDF, 2020